Tja, in diesem Moment sieht es so aus, als würde sich die Wolkenwand über mir, die Nebelwand lüften. Und die Sonne kommt raus. Das heißt, heute erlebe ich hier außer dem Westerwald, dem Depriwald, dem Nebelwald, dem Schlammwald, auch noch den Sonnenwald und diese Art von Abwechslung, die liebe ich, die hält mich hier, die macht mir gute Laune. Ja, heute, nach meinem morgendlichen Ausritt mit Fly und Ava, wo die Post abging, bin ich jetzt mal wieder als nächstes beschäftigt, damit hier mein Lager in Ordnung zu haben, in Ordnung zu bringen, zu reparieren, zu erweitern. Und hier muss ich jetzt meine Materialkiste weiter bearbeiten, weiter abdichten, weiter winterfest gestalten. Und das geht so in meiner üblichen Freestyle-Methode. Mal sehen, ob es was taugt. Hey, Joachim. Fly, fly. Fly, fly. Untertitelung. BR 2018 In Vermilion blood There was a void before me It was deep as true Because all the world Good night, the pure of you Oh, stay with me Oh, stay with me Oh, you're right where You are supposed to be Oh, stay with me Oh, stay with me Oh, you're right where You are supposed to be Oh, you're my elder, you're my holy grail Oh, I found my treasure Oh, you're my біль confiance Oh, I found my treasure Oh, I found my treasure Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik 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 Komm her! Nein! Eunba, komm her! Hatte die Fressung. Jetzt bist du fest. Aus, sitch! Letz! Musik 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 Oh man Musik 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 Well, you walk into a restaurant strung out from the road And you feel the eyes upon you as you're shaking off the cold You pretend it doesn't bother you, but you just want to explode Most times you can't hear them talk, other times you can All the same old cliches, is that a woman or a man And you always seem outnumbered, you don't dare make a stand Here I am, on the road again Here I am, up on the stage Here I go, playing the star again So, jetzt habe ich auf meine übliche Freestyle-Methode wieder ein kleines Problemchen gelöst Natürlich braucht man auch bei spartanischer Lebensweise in einem Wohnwagenkämpf einiges an notwendiger Ausrüstung Und dazu gehört natürlich ein Honda-Generator, den ich schon lange im Einsatz habe, bei vielen, vielen Touren Und natürlich auch ein Rasenmäher, denn ich muss hier schon darauf achten, dass mein Platz nicht verrottet Und deshalb gelegentlich Rasenmähen und wenn ich unterwegs bin, beauftrage ich Freunde damit, das für mich zu erledigen Und das klappt bis jetzt wunderbar Hier, werdet euch gleich hekt, oh ja, das ist immer noch Ja, da werde ich euch gleich 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 Ja, denn ich bin Ja, denn ich bin Aus jetzt Noch mehr Na, ich bin jetzt da So Here I am, on the road again There I am, up on the stage Here I go Und dann war Here I am, playin' star again Here I am, up on the stage Here I am, up on the stage Hier kann ich wieder Super Also, die alte Oma ist immer noch auf Zack, wie man gerade gesehen hat Und da ist der Runde Und bleibt einfach mal fest Bleib Bleib Ja, wie man sehen kann Ava und Fly Ava Wiegen zusammen Etwa 40 Kilo Oder 42 Kilo Bleib Und man kann hier sehen Dass sie Sich hier auf dem Dach gemütlich machen können Ohne dass das Dach hier zusammen Kracht Und das bedeutet Dass ich Hier eine stabile Konstruktion habe Die jetzt Einige Jahre Noch funktional sein wird Zum Verstauen Von Material Aktuell eben Von Rasenmäher Honda Generator Und Benzinkanister Und Tarp Passt, würde noch mehr reinpassen Aber Ich baue jetzt in Kürze Eine weitere Solche Materialkiste auf Die ich neu gekauft habe Und wo dann Anderes Material Rein buxiert werden muss Alles gut Gemütlich da, wa Okay Dann kommt Dann ziehen wir weiter Hier runter Ja Ich muss auch noch Eine Abstellmöglichkeit Hier für den Rad Heckträger Haben Und hab noch Hinten im Unterstand Einiges Zeug Was da raus muss Damit Im Winter Die Fahrräder Dort Gut unterkommen Und Das ist jetzt Mein nächstes Ding Jetzt muss ich Die Kiste Wo die neue Kiste Drin ist Erstmal hier Aus dem Auto Raus buxieren Und Die Verpackung Die Kiste Die Kiste Die Kiste Die Kiste Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 So, was ich hier gerade in Einzelteilen rausgeholt habe aus der Verpackung im Auto. Das ist auch so eine Materialbox. Und das hier ist die Bedienungsanleitung. User Manual. Ist das auch? Oh, Gebrauchsanleitung. Gibt es hier auch in Deutsch drin. Da bin ich ja schon immer froh. Oh, bitte bringen Sie Ihr Produkt nicht gleich zum Laden zurück, falls Teile fehlen oder defekt sind. Bitte locken Sie in unsere Website ein oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice. Arschlecken. Oh Mann, wenn die das schon schreiben, bevor ich überhaupt angefangen habe, hier irgendwas zu machen. Okay. Oh. Oh, oh, oh. Sieht ja sehr kompliziert aus. Schrauben. Wo sind denn Schrauben? Und guckt euch das an hier. Da kriege ich ja schon wieder einen Föhn. Da muss man ja Abitur haben. So, aber wo könnten die Schrauben sein? Wie kann ich nicht verändern? After all these years. Wie kann ich verändern? My ways. Oh, I find it so strange. After all these years. I'm still more or less the same. Yeah, eigentlich wollte ich die Verpackung gleich entsorgen im Papiercontainer. Aber die schöne große Bildchen ist mir vielleicht verständlicher beim Aufbau wie die Bedienungsanleitung. Also hebe ich es erstmal noch. Ja, wie angekündigt. Nachdem ich heute Morgen zunächst durch den Westerwald, durch den Nebelwald, durch den Regenwald, durch den Schlammwald und durch den Psychowald geradelt bin, habe ich anhand des Regenradars gesehen, dass es heute Nachmittag im Hohen Westerwald auch wieder einen Sonnenwald geben wird. Und das ist wunderbar, denn gerade ist es soweit. Bleib! Bleib hier! Mach Platz! Nein! Okay! Ja, da ich einen Doppelplatz gepachtet habe mit insgesamt 214 Quadratmeter, habe ich hier auf diesem Platz auch genug Raum, um Ausrüstung unterzubringen, um einen kleinen Reise-Wohnwagen stehen zu lassen, solange es keiner meckert. Die Kanus zu deponieren, ein paar Gerätehäuschen noch zu haben und hier in die Ecke kommt jetzt eine weitere Gerätekiste, da muss ich nur erst das Zeug, was da hinten rumhampelt, entsorgen oder woanders unterbringen. Ja, das Zeug muss hier weg, denn hierhin kommt jetzt die Kiste, die neue Kiste. Ich entke Kiste, warum ist das? Das ist das? Ich entke uns. Ich entke mich. Das war's. Ich entke mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das liebe ich! Untertitelung des ZDF, 2020 Schade, dass man beim Videofilmen nicht die Gerüche mit aufnehmen kann Weil entscheidend ist jetzt schon hier Der Glühweingeruch, der es hier durch meine Bude zieht Ist sich in meiner Nase verfängt Und mich verleidet jetzt sofort abzupumpeln Aber das wäre gefährlich Weil der Glühwein ein bisschen zu heiß zu war Ausatmen Gute Ja, gut. Tschüss. Musik 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 I always liked it slow I never liked it fast With you it's got to go With me it's got to last It's not because I'm old It's not because I'm dead I always liked it slow That's what my mama said All your moves are swift All your turns are date Let me catch my breath I thought we had all night I like to take my time I like to linger as it flies A weekend on your lips I left time in your eyes Come here Come on I always liked it slow I never liked it fast I never liked it fast With you it's got to go With me it's got to last It's not because I'm old It's not the life I left I always liked it slow That's what my mama said I'm slowing down too I never liked it fast I never liked it fast You wanna get there soon I wanna get there last So baby let me go They want it back in town In case they wanna know I'm just trying to slow it down 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 And try to slow it down I always think it's cool